Eines der Dinge, auf die wir uns in unseren Royal Caribbean Fitnesseinrichtungen konzentrieren, ist, dass wir Angebote für jedermann und abgestimmt auf jedes Fitnesslevel anbieten. Egal ob Sie in das Fitnesscenter gehen und nur die Geräte nutzen wollen oder ob Sie an einem unserer exklusiven Fitnesskurse teilnehmen möchten. Eines unserer wichtigsten Ziele ist es immer auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. An Bord von Royal Caribbean trainieren unterschiedliche Altersgruppen und wir bieten für jeden das Richtige. Unsere Personal Trainer sind alle geschult und wissen, wie man auf die Bedürfnisse jeden Gastes individuell eingehen kann. Sobald Sie am ersten Tag das Fitnessstudio betreten und auf einen unserer Personal Trainer treffen, werden Sie so herzlich begrüßt, dass Sie das Fitnesscenter während Ihrer gesamten Kreuzfahrt nicht mehr verlassen möchten. Die Leidenschaft und Energie für Sport und Fitness, die wir haben, sind einfach nur fesselnd und wir geben unsere Erfahrung und diese Energie an unsere Gäste an Bord weiter. Ob Sie für sieben oder für zwölf Tage an Bord sind, hier haben Sie Zeit für Ihre persönliche Fitness. Wenn Kunden an Bord kommen und mit einem unserer Personal Trainer arbeiten, ist es oft ein Anstoß für einen neuen Lebensstil. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun. Wir unterrichten, motivieren und inspirieren unsere Gäste zu Veränderungen der Lebensgewohnheiten. Sie lieben die Innovation, die wir bei Royal Caribbean bieten und es ist der Wow-Faktor, wenn Sie an Bord kommen und neue spannende Programme entdecken.